Und recht herzlich willkommen zurück bei Killzone Shadow Falls Multiplayer Wo sind Gegner, Lies? Gegner, Lies? Jetzt sind nur beiden Hunden hier nicht so erfreulich gelaufen Mal schauen, wie ich mich jetzt anstelle Ich merke schon wieder, irgendwie hat der Controller mal wieder Bitte nicht jetzt Wehe, du machst das auch noch im FIFA-Controller Ich habe hier in FIFA einen blauen Fleck, könnt ihr euch das vorstellen? Ja Links Wo ist hier ein Scharfschütze? Irgendwo hier ist ein Scharfschütze Was ist denn der Hinde hier war? Die waren zwei Ich habe es genau gesehen, da waren zwei Okay, da ist tot Ich finde hier keine Gegner Alter Karte sind da welche Und da hinten Das ist nicht hoch Ich muss meine Teamkameraden beschützen Aber anscheinend kommen die sehr gut ohne mich klar Alter Oh Das war Glück Das war Pech Ich wusste jetzt wirklich nicht, ob es einer von meinen ist oder nicht Ich wusste es einfach nicht Ich habe zu lange zum Überlegen gebraucht in der Situation Töte ihn, töte ihn von hinten, töte ihn Los, 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 töte ihn Wie er tippt er einfach regungslos stehen bleibt von beiden Seiten Vom Super Der Tarnanzug ist aktiv Der Tarnanzug ist aktiv Habt ihr es gehört? Schützgeschützturm Falsch Toll, ich bin nicht hochgegangen Ach so, war eben einer von mir vorbeigelaufen Der ist bestimmt hochgegangen Oh Gott In was habe ich mich hier reingeverfrachtet Leute, Hilfe Ach, ne Lustig Ich war rausgegangen aus der Lobby Bin in einen neuen gegangen Also neue Lobby Ja, neue Lobby Und bin wieder mit denen in einer Lobby Wie lustig ist das denn? Hallo Wir haben uns eben schon bekannt gemacht Oh, ich wollte gerade die Granate werfen Arschloch Mann, ey Ich bin wohl hier mit den Überprofis In einem Raum Ey Nervt das rum Ich sollte nicht so viel Battlefield spielen Vielleicht sollte ich das mal ein bisschen leveln Und ein paar Waffen freischalten Und nicht so oft sterben Henna 96 Darfst du in der Spiel schon spielen? 96 Hattest du schon Geburtstag? Ich werde hochgehen Ich werde hochgehen Das ist ja nicht gestorben Geht doch Ich lade nach Tue ich auch Alter, wo ist denn der scheiß Scharfschütze zur Hölle? Der ist da oben drin Mann, ey Hol den noch einmal Einer da oben raus Bis nächstes, wenn ich sterbe Mache ich den Scharfschützer-Pack rein Ist ja nicht normal Wie nervig das ist All das ist Objektiv Wasют Danke. Ich brauch Punkte spielen. Lass mich da auch mal Leute töten. Ich möchte zu dem einen Zug, bitte. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Da kann ich nicht durch. Schade. Geh mal da hoch. Du, 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 du. Ach, schade, ich stehe still. Da war noch einer. Ich hab genau gewusst, dass da noch einer ist. Scharfschützen sind nie allein. Merkt euch das. Wo ein Scharfschütz ist, ist meistens auch ein zweiter. Die arbeiten immer nur im Team. Muh. Ah. Ah. Alter. Der hat wohl mit der Pistole auf mich geschossen. Hätte ich gerade gedacht, was ist denn jetzt zur Hölle los? Warum schießt mein Teamkollege auf mich? Aber es war ein Sniper. Der wurde plötzlich neben mir stand. Keine Ahnung, wo der herkam. Ich weiß nicht mehr, was das Besondere an diesem Modus ist, was ich gerade aktiviert habe. Ich sterbe wahrhaftig, weil so viel Munition wie der abbekommen hat, dieser Hippo-Jungler. Ist mich verarschen? Ja, ich wollte jetzt übrigens nicht die Scharfschützen auswählen, weil ich habe die Scharfschützen, die so einen von denen anledigt. Ich hatte dreimal in der gleichen Lobby gespielt. Zweimal wollte ich. Das letzte Mal hat mich das Spiel dazu gezwungen. Leute. Mist. Hippo-Jungler. Nee, Ravs 86. Ich werde hier wieder eine positive Statistikieren bekommen. Das wäre schön. Hui. Wäre ich tot gewesen, hätte ich da runtergesprungen. Wo ich mich so gehe, weiß ich auch nicht. Weil ich cool sein wollte. Alter. Wo war denn der zur Hölle? Nee, das ist er nicht. Das ist einer von unseren. Wo war denn der Idiot, der mich gerade gekillt hat? Oh, Spiel. Bitte. Die paar Karte habe ich, weil ich hier die Gegner finde. Punkt. Wir sind auf unser Platz. Nach unterer Platz. Oh, hoppala. Nee, das war falsch. Jetzt reicht es mir. Jetzt möchte ich gerne das machen. Ich möchte jetzt einfach mal die Waffe. Ey. Wenn ich nur jetzt der Storben-Seldat keinen Erfolg habe. Also. Misier wäre schön gewesen, wenn ich momentan mal ranzukommen kann. Alter. Rechts vor mir waren noch meine Teamkollegen. Was machen die denn? Alter. Wie oft bin ich jetzt schon wieder umgekommen? 15. 1500 Punkte nur. Alter. Bin ich heute schlecht in dem Spiel, Alter? Alter. Wieso immer ich? Da steht so viele. Ich bin doch mal wie ein anderer Junge. Immer muss ich das Opfer sein, ey. Ich habe ja gar keine Chance, irgendwas zu zielen oder zu töten, weil ich einfach mal sofort instant tot bin. Ich habe ja gar keine Chance, irgendwas zu zielen oder zu töten 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 oder zu töten. Ja, Alter. Mit der Minigun trifft er auf so eine Entfernung. Willst du mich verarschen? Alter, du kannst doch nicht mit der Minigun auf so eine Entfernung treffen. Das geht nicht. Spiel. Granitismus. Schachschützengewehr. Minigun. Ja, und gleich tot. Mann, 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 ey. Ich bin so schlecht. Wenn ich das Spiel mal hochgehen lassen würde. Die Helga haben die Schlacht gewonnen, aber noch nicht den Krieg. Oh, Mann. Alter, dieser Hippo-Jungler, ey. Das kann doch nicht sein. Ich will nur noch gucken, wie oft ich gestorben bin. Ich schätze mal 15 Mal. Kills 6. So was wird es bestimmt sein. So wie ich mich kenne. Kills 7. 14 Tode. Na dann. Ich habe es 6 und 15 gesagt. Das war meine schlechteste Runde bisher. Ja. Ich hasse die. Der Park. Der Bahnhof. Der Bahnhof ist scheiße. Das war es auf jeden Fall mit der heutigen Folge. Kills und Schade auf Forrest. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Haut rein, euer Heinzelmann. Ciao.